Eins noch, ich habe heute Telefongespräch geführt mit Mucki Huskovic und seinem Vater. Er lässt sich sehr, sehr bedanken für alles, für die Unterstützung. Er ist dankbar, Teil dieser Austria-Familie zu sein. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er kann die Intensivstation verlassen, heute noch oder morgen. Er bedankt sich bei allen recht herzlich und soll schöne Grüße ausrichten und einen großen Dank von ihm.